Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Neun Spiele, neun Zusammenfassungen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das erste Spiel ist Bielefeld gegen Augsburg und damit geht es los. Zum Auftakt in den 25. Spieltag empfängt Arminia Bielefeld den FC Augsburg ein wichtiger Auftritt im Kampf um den Klassenerhalt. Bielefeld im ersten Durchgang die spielbestimmende, die bessere Mannschaft, aber die einzig gute Möglichkeit, die sehen wir hier in der 23. Spielminute von Florian Krüger. Starke Flanke von der rechten Seite, der Ball geht dann aber nur ans Außennetz. Es war ein biederer Auftritt der Augsburger. Es kam nichts nach vorne. Nach dem doch gar nicht so schlechten Spiel beim 1 zu 1 gegen Dortmund war das heute wieder ein eher enttäuschender Auftritt und Bielefeld hatte hier wirklich lange Zeit alles im Griff. Deswegen springen wir schon in den zweiten Durchgang. Das ist mal Florian Niederlechner. Arne Maier mit der Hacke zu Niederlechner. Gregoritsch im 16er mit Vargas im Zusammenspiel. Nicht ungefährlich diese Situation, aber Nilsson schmeißt sich rein. Ist auch nicht mit dem Arm dran. Wurde logischerweise alles überprüft, aber es gab folgerichtig keinen Handelfmeter. Augsburg jetzt in der besten Phase. So zwischen Beginn zweiter Halbzeit und der Stundenmarke. Das ist Gregoritsch, der hier eigentlich das Führungstor erzielen könnte, aber Stefan Ortega holt den Ball raus. Ist eine tolle Parade, die er hier mal wieder auspacken kann. Bielefeld dann lange Zeit unsichtbar nach vorne jetzt, aber in der Schlussphase noch mal etwas aktiver mit Yanni Serra. Was für ein Pass mit der Hacke zu Masaya Okugawa. Und in der 81. Minute macht der tatsächlich das 1 zu 0. Aus dem Nichts in diesem Fall. Wie gesagt, im zweiten Durchgang kam eigentlich nichts von Bielefeld nach vorne und Augsburg hatte auch das letzte Wort. André Hahn mit der Flanke und Vargas. Unglaublich. Und dass das nicht das 1 zu 1 ist, ist mal wieder nur einem zu verdanken aus Bielefelder Sicht. Und zwar Ortega Moreno. Wie er den rauskratzt, wie er die drei Punkte sichert für Bielefeld, das ist wirklich schon erstaunlich. Wichtige Punkte für die Arminia. Der FC Augsburg erleidet einen herben Rückschlag. Topspiel am 25. Spieltag, aber in diesem Fall schon am Samstagnachmittag. Der FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen. Die in blau auftretenden Gäste sind richtig gut in Verfassung momentan. Und so traten sie auch voller Selbstbewusstsein auf, dass es Florian Wirtz, der den ersten guten Abschluss rausholt. Sven Ulreich. Dieses Mal wird er wohl noch spielen. Ab der kommenden Woche ist dann wohl wieder Manuel Neuer zwischen den Pfosten zurück. Der FC Bayern musste sich erstmal ein bisschen einwackeln in diese Partie, aber dann kamen sie auch über Leroy Sané. Und der Ball, er war hinter der Linie. 21. Spielminute. Die Uhr des Referees vibriert. Und wir sehen dann in dieser Ansicht auch genau, dass es zwar knapp, aber deutlich war, dass der Ball hinter die Linie gesprungen war. Ein tolles Tor von Leroy Sané. In der Folge der FC Bayern München drauf und dran, das Zweite zu erzählen. Aber Lukas Radetzky ist eben auch kein schlechter Keeper. Und der Ball hier war aus der zweiten Reihe doch etwas zu unplatziert. Kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal die Gastgeber. Marcel Sabitzer. Kimmich zu Leroy Sané. Diese Kombination hatten wir schon gegen Frankfurt gesehen. Kimmich auf Sané. Das 2 zu 0. Wuchtig unter die Latte. Abgeschlossen. Und so geht es mit dem 2 zu 0 Vorsprung in die Pause. Leverkusen begann ganz gut, aber ließ danach, beziehungsweise die Münchner, sie wurden dann auch richtig gut. So auch in Durchgang 2 der FC Bayern München spielbestimmend. Lewandowski. Das konnte man sich so anschauen. War mittlerweile ein sehr souveräner, ein abgezockter Auftritt des FC Bayern München. Lewandowski. Den Freistoß setzte allerdings in den Himmel. Geht weit drüber. Keine Sorgen für Radetzke. Aber die Zeit, sie wurde knapper für Bayer Leverkusen, wenn sie hier zumindest einen Punkt noch mitnehmen wollten. Alario wird's Adli. Das hätte in der 75. Minute in der Anschlusstreffer noch mal sein können. Es klappte aber nicht mehr. Und so trudelte das Spiel aus. SS blieb beim 2 zu 0. Verdienter, sehr überzeugender Auftritt der Münchner. Sie holen sich die drei Punkte gegen Bayer Leverkusen. RB Leipzig empfängt den SC Freiburg und beide Mannschaften haben es unter der Woche geschafft, sich in den DFB-Pokal-Spielen jeweils weiter zu retten, weiter zu spielen in das Halbfinale und vielleicht ist ja auch das hier eins der beiden Halbfinals. Das heißt, schon mal eventuell warm schießen. Der SC Freiburg in den hellblauen Trikots mit einer guten Anfangsphase. Toller Auftritt der Preisgauer. RB Leipzig fand hier lange keinen Halt. Dann aber kurz vor dem Seitenwechsel Haidara scheitert jedoch an Flecken in der 39. Spielminute. Und das, obwohl ja Freiburg die 120 Minuten in den Knochen hatte. Leipzig hatte es ja innerhalb von 90 Minuten gegen Hannover geregelt. Kurz vor dem Pausenfiff aber nochmal die Gäste mit Giong. Der wird nicht angegriffen und dreht sich im 16er, visiert das Tor an und lässt Gulaschi keine Abwehrchance. Nochmal ein richtig dickes Ausrufezeichen vor dem Pausenfiff und da musste sich auch in Kunku umblicken, der mal wieder überragend war. Gegen Hannover das Spiel entschied, auch das Spiel gegen Bochum entschied nach seiner Einwechslung. Heute war es nicht der Tag der Roten Bullen. Es ging im zweiten Durchgang schlecht weiter. Vincenzo Grifo in der 60. Minute mit dem 0 zu 2 und das völlig verdient. Jetzt musste Leipzig etwas machen. Silva zieht Henrichs dann die Olmo und der wackelt über die Linie. Hoppelt da vor sich hin. Flecken ist noch dran. Das ist einfach unglücklich in dieser Szene. Aber es kam nicht das große Aufbäumen der Leipziger. Stattdessen Freiburg wirklich frei von der Leber weg. Sie haben in dieser Saison im Prinzip auch nicht mehr so viel zu verlieren. Aber nach dem Spiel vielleicht schon. Das 3 zu 1 durch Höhler. Die Entscheidung in diesem Spiel und somit zieht Freiburg in der Tabelle an Leipzig vorbei. Geht sogar auf einen Champions League Rang. Das ist unfassbar, aber vollkommen verdient. Kein guter Auftritt der Leipziger. Ein starker von den Freiburgern führt hier zum 1 zu 3. Der VfL Wolfsburg hat sich das Leben gegen Borussia Mönchengladbach selbst schwer gemacht. Die rote Karte für Lacroix war dort der Schlüsselmoment. Am Ende holte aber dahingegen ganz oben auf in der Liga 3-1 gegen Mainz gewonnen und unter der Woche im DFB-Pokal gegen St. Pauli ins Halbfinale eingezogen. Jedoch war es hier zunächst der Gast aus Union Berlin, der verteidigen musste Wolfsburg mit einer starken Anfangsphase. Union kam dann aber auch besser rein. Krischer Prömel auf Geraldo Becker, der Teil, wo Avon nie findet im 16-Meter-Raum ohne Probleme macht er hier das 0-1 man merkte schon dass die Dreierkette auf Lacroix verzichten musste Mbappu ergänzte und er ist eben nicht so stark wie Lacroix 10 Minuten vor dem Seitenwechsel hätte es dann sogar 0-2 stehen können hier Abakun Castells mit einer starken Parade gegen Taivo Avoni mit dem Knie lenkt er den ab ob das jetzt gewollt war oder nicht ist zweitrangig auf jeden Fall sehr gut rausgeholt diesen Schuss aber Stand 0-1 nach wie vor der VfL Wolfsburg musste jetzt Antworten finden denn man ist noch lange nicht da unten aus der Gefahrenzone raus Wind auf Kruse auf Kruse man muss gar nicht darüber reden 0-2 0-2 das ist brutalst abgezockt im Stile Achtung einer Spitzenmannschaft Mbappu alleine gegen drei kann nichts mehr ausrichten aber Wolfsburg fing sich und kam nochmal Kruse zu Jonas Wind der Anschluss war geschafft in Minute 73 plötzlich wieder alles offen und vielleicht kommt da jetzt die 90 Minuten unter der Woche bei Union Berlin nochmal wieder hervor man merkte es dass Wolfsburg etwas frischer war so kam sie nochmal Wrangz Rossillon Philipp und Wind das muss es doch sein der Last Minute Treffer bleibt ihnen aber verwehrt Valute super reagiert und den Ball noch mit letzter Kraft an den Pfosten lenken kann damit hält er dieses 1 zu 2 fest bitter für Wolfsburg sie müssen weiter nach unten schauen und für Union Berlin winkt ein Europa Die Hertha ist mittlerweile wirklich ganz ganz unten angekommen man steht auf Tabellenplatz 16 zu Gast Eintracht Frankfurt und ist das jetzt ein Vorteil oder Nachteil dass die Eintracht so vom Gefühl her schon fast mit dieser Saison abgeschlossen hat es sah zunächst nach einem Vorteil aus Hertha hatte den besseren Start die erste Chance gerade gesehen von Ishak Belfodil aber Frankfurt manchmal haben sie ja so Momente da glaubt man gar nicht dass die nur im Mittelfeld stehen und so einen hatten sie in der 16 Minute die Flanke sie wird länger und länger und länger und dann steht da plötzlich Daichi Kamada in der Mitte Boyata verschätzt sich völlig und so steht es nach einer knappen Viertelstunde 0 zu 1 die Hertha war aber besser das war hier auf jeden Fall zu beanstanden aus Herthaner Sicht die Abschlüsse sie waren einfach zu schwach damit kann man dann auch eine überlegene Spielverwaltung nicht in Toro Münzen Mittelstädt ja ist Linksfuß trotzdem den kann man von da auch gerne aufs Tor bringen 0 zu 1 nach 45 Minuten etwas schmeichelhaft aus Frankfurter Sicht aber das nehmen die Adler sicherlich sehr gerne in Kauf Durchgang 2 begann dann besser für Frankfurt Kostic sieht Kamada und auch der kann mal eine Flanke reinbringen Danny Da Costa per Kopf etwas zu hoch angesetzt nicht ganz ungefährlich aber für Alexander Schwolo dann doch einzusehen dass der rüber geht wie war die Reaktion der Hertha etwas über eine Stunde jetzt mittlerweile gespielt Peter Pekarek Belfodil nicht im Abseits der liegt quer durch den 5 Meter Raum und findet Suat Serda das war gut gespielt und führte zum verdienten 1 zu 1 wer hatte am Ende die Kraft das noch für sich zu entscheiden oder sollte es beim 1 zu 1 bleiben die Hertha rannte nochmal an in der Schlussphase Jovit Tic Belfodil aber zu harmlos es wäre kein Abseits gewesen es wird aufgehoben von Ewan Ndika aber Trapp hält den Ball aus kurzer Distanz somit blieb es beim 1 zu 1 damit werden beide Mannschaften nicht leben können es bringt beide keinen Schritt weiter für den VfL Bochum war es schon brutal in der 120. Minute auszuscheiden im DFB Pokal gegen den SC Freiburg hier im Ruhrstadion aber sie hatten die Chance auf Wiedergutmachung am Samstagnachmittag gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth der Tabellenletzte aber wie schon so oft in den letzten Wochen und Monaten trat hier gut auf sehr selbstbewusst sehr stark und so hatten sie auch ihre Chance Bochum noch mitgenommen sichtlich in der Verteidigung nicht so hellwach wie sonst so führt es zum 0 zu 1 von Jamie Leveling der kommt da frei zum Abschluss und so richtig zufrieden waren die Zuschauer damit nicht sie waren sehr nachsichtig nach dem Fehler von Maxim Leitsch haben sich stark gezeigt aber heute konnten sie wirklich nicht zufrieden konnten sie nicht damit zufrieden sein wie hier ihre Mannschaft auftrat denn Greuther Fürth war auch zu Beginn der zweiten Halbzeit die deutlich bessere Mannschaft 50. Minute Brandimir Hergota setzt sich hier von Danilo Soares ab Manuel Riemann der einzige der hier einigermaßen in Form war aber Greuther Fürth hat schon oft geführt vor allem auswärts und am Ende noch Punkte hergegeben deswegen sollte das 0 zu 2 eigentlich schon irgendwann fallen aber er sollte noch nicht herhalten Brandimir Hergota mal wieder strahlt ja somit die meiste Torgefahr aus vielleicht die meiste vor allem auch durch seine sicheren Elfmeter ist er bekannt Bochum kam in der Schlussphase aber noch einmal nach vorne Holtmann 4G war Griesbeck dazwischen Löwen Griesbeck dazwischen Pantovic vollendet aber er stand im Abseits das wäre in der 87 Minute ein wichtiges Zeichen gewesen aber Meierhöfer rückt noch rechtzeitig mit raus und so konnte der Treffer nicht zählen Bochum verliert mit 0 zu 1 der nächste Rückschlag und Gräuter Fürth darf jetzt vielleicht sogar noch vom Relegationsplatz träumen Topspiel am Samstagabend zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach ein waschechter Abstiegskrimi 8 Punkte trennen momentan diese beiden Mannschaften aber man sah nicht wer davon 8 mehr und wer 8 weniger hatte denn der VfB Stuttgart ging hier brutal stark rein 12. Minute Sascha Kalajcic mit dem 1 zu 0 Jan Sommer überrascht und der nächste Fehlstart kam für Gladbach daher wie schon beim 2 zu 2 gegen den VfL Wolfsburg dann dann aber wurde Gladbach stärker Alassamplea bleibt mit seinem Freistoß erst in der Mauer hängen Friedrich Neuhaus aus der zweiten Reihe trifft aber nur das Außennetz das war das Highlight im Durchgang 1 von der Borussia es war nicht so zufriedenstellend für die Fohlenelf da musste nun schon deutlich mehr kommen im zweiten Durchgang und es kam erstmal mehr etwas mehr als eine Stunde auch schon gespielt Manukone Thüram und da passt zu Alassanplea Alassanplea Pech dann auch noch dabei Ito kommt da noch irgendwie reingerauscht kriegt den Ball an die Brust von da geht der Ball am Tor vorbei aber der VfB Stuttgart hat sein Pech für die Saison eigentlich auch schon aufgebraucht das wäre hier nochmal doppelt bitter gewesen allgemein auch Führungen zu halten für den VfB Stuttgart schier unmöglich in der letzten Zeit aber es hielt hier zumindest mal 65 Minuten lang 1 zu 0 nach wie vor der Zwischenstand Plea verzweifelt mehr und mehr an Florian Müller der der den hier noch raus bekommt im Anschluss machte Stuttgart es clever hielt Gladbach vom eigenen Tor fern setzte eigene Nadelstiche wir sind schon in der Schlussphase Mamouche Mangala Sosa noch einmal Mangala und Karasor der aber komplett verzieht sollte aber nichts mehr ausmachen der VfB Stuttgart gewinnt knapp mit 1 zu 0 weil Gladbach am Ende zu wenig Lösungen eingefallen sind es scheint ein bisschen so als wäre für Borussia Dortmund diese Saison bereits beendet man wird wohl die Champions League erreichen aber mit dem Meisterschaftstitel hat es sich auch erledigt nachdem man nur 1 zu 1 gegen Augsburg spielte Mainz hingegen hat wieder etwas gut zu machen die Pleite bei Union Berlin war doch schon etwas merkwürdig und erstaunlich schwach ja auswärts ist Mainz nicht so gut das sollte eben hier zu Hause wieder wettgemacht werden starke erste Szene von Robin Zentner der BVB aber trotzte allen Widrigkeiten die Verletzungen sie nehmen ja nicht ab Reus aber zumindest wieder dabei und das zahlte sich nach einer halben Stunde aus Rafael Guerreiro bekommt den Ball perfekt serviert Mainz 05 in der Defensive etwas überfordert und so steht es 0 zu 1 und kurz vor dem Seitenwechsel noch einmal der BVB Reus mit einer schwachen Ecke Aaron Martin bekommt den Ball aber nicht geklärt Mahlen Hummels mit der Hacke zu Bellingham 0 zu 2 fehlt am Donnerstag noch im Training Jude Bellingham aber er war rechtzeitig wieder mit dabei und machte das 2 zu 0 absolut verdient von Mainz kam für ein Heimspiel wirklich wenig nach vorne und auch der zweite Durchgang war ziemlich eindeutig Mahlen in der 51. Minute mit dem Abschluss die Szene bleibt heiß wir schneiden nicht Reus 0 zu 3 und Feierabend 53. Minute es war jetzt schon alles gegessen Mainz fand hier nicht mehr rein Tabellenmittelfeld ist wohl auch gesichert mit etwas Glück geht noch nach oben was aber ein sicherer Tabellenmittelfeld Platz ist für Mainz sicherlich auch nach der aufregenden letzten Saison zufriedenstellend auch wenn das heute wirklich ein sehr magerer Auftritt war Reus nochmal mit einer Chance doch der Fuß von Stefan Bell er konnte Schlimmeres verhindern schlimm genug dass es 0 zu 3 ausging aber das war vollkommen verdient Dortmund sichert sich 3 Punkte zum Abschluss des 25. Spieltags empfängt der 1. FC Köln die TSG 1899 Hoffenheim der 1. FC Köln in den weißen Trikots mit einer sehr guten Anfangsphase Hektor wird von Marc-Alexander Uth bedient und Oliver Baumann muss direkt mal zeigen dass er Qualitäten hat auch wenn dieser Abschluss eventuell an den Außenpfosten gegangen wäre sicher ist sicher Hoffenheim brauchte eine Weile man kann es auch geduldig nennen dann aber wurden sie richtig gefährlich über Christoph Baumgartner 44. Minute der Mann des Spiels gegen den VfB Stuttgart dreht er das Spiel im Alleingang hier testet er Marvin Schwäbe der zum Eckball klären kann den schauen wir uns auch an 45. Minute mittlerweile Hübers klärt raus da steht aber Baumgartner Christoph Baumgartner der wird doch nicht ein unfassbares Tor sauber oben rein nach Brustannahme nichts zu halten für Schwäbe und das war der Paukenschlag vom Seitenwechsel 0 zu 1 stand es der FC Köln machte aber eigentlich kein schlechtes Spiel und so auch im Durchgang 2 Marc Uth sieht Öskan Modest nicht im Abseits gestanden das wäre eigentlich sein Moment seine Szene gewesen aus knapp 11 Metern ist sich ganz leicht aus der Drehung toll auch gehalten von Baumann aber Modest macht in 50% der Fälle solche Chancen eigentlich auch rein aber Köln wurde nochmal stärker Scheri Uth toller Pass Hector und drin das Ding jetzt trifft er aus Spitzenwinkel zum 1 zu 1 im ersten Durchgang scheiterte er ja noch jetzt traf er aber Hoffenheim wollte direkt eine Reaktion zeigen Ilas Bebu allein auf weiter Flur Brütter unterstützt und Kramaric das wäre der nächste sehr sehenswerte Treffer gewesen geht aber knapp vorbei es war jetzt ein offenes Spiel eine offene zweite Halbzeit der erste FC Köln kam Schiri tolle Übersicht sieht Jonas Hector der in der Mitte findet Uth und Modest der heute einfach nicht vom Glück verfolgt war 70. Minute hatte hatte seine Szenen schaffte es aber nicht an Baumann vorbeizukommen und so noch einmal Hoffenheim Brütter zu David Raum der setzt sich hier durch David Raum zu Bebu 76. Minute 1 zu 2 Hoffenheim wieder in Führung Schwebe geschlagen und das entscheidend es kam danach nichts mehr vom 1. FC Köln Hoffenheim schaffte es die Führung über die Zeit zu bringen und sichert sich wichtige 3 Punkte hier seht ihr die Ergebnisse der Prognose im Überblick lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da wenn es euch gefallen hat würde mich auf jeden Fall freuen ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal bleibt auf jeden Fall alle gesund bis dann haut rein und adios bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.